Mahlzeit und herzlich willkommen! Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde da draußen zu einer neuen Folge Pottbolzers im Westen, eurem Drittliga-Format hier bei uns auf dem Kanal. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen zur pünktlichsten Sendung im Pottbolzer-Universum da draußen. Das Ganze wie immer, ihr seht es eingeblendet. Mein Name ist Stefan und ich begrüße an dieser Stelle wie gewohnt den lieben Kollegen Herze. Grüß dich! Schönen guten Abend zusammen! Wie geht's? Ganz gut soweit. Es wird langsam kalt. Heute wird sogar der Tannenbaum aufgestellt. Schon geschmückt. Nein! Ja, ja. Nein! Und es wurde mir gesagt, es ist eigentlich schon zu spät. Und da habe ich aufs Datum geguckt, 14.11., zu spät. Tja, die Frauen, ne? Ich wollte, also das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Ging jetzt wahrscheinlich nicht von dir aus, oder? Nee, ich habe damit jetzt nicht so viel zu tun, aber ja, ist gemütlicher, muss man sagen. Ja, und das ist ja für die komplette Familie jetzt auch ein schönes Ambiente und Feeling wahrscheinlich. Ja, ja. Man ist ja, man pflanzt sich ja fort, könnte man so schön sagen. Man pflanzt sich ja fort, ja. Das kann man machen, ja. Sollen wir mal eben ganz kurz eine Geschichte mal vorwegnehmen, bevor wir gleich natürlich aufs Rot-Weiß-Essen-Spiel zu sprechen kommen. Aber ist schon sensationell. Da kommt der Cedric Harenbrock letzte Woche hier um die Ecke und kommt hier in die Sendung. Und was soll ich sagen? Er schießt ein Tor und was für eins. Da kommen wir ja gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Aber hat schon, oder wie sagt man so schön bei euch in Essen an der Hafenstraße, Karma is a bitch? Oder wie sagt man es? Ja, so oder so. Ich glaube, es hat ihn beflügelt, dass er letzte Woche hier war bei uns. Und ja, wir hatten ja eine gute Zeit, haben dann auch nochmal, als die Kamera aus war, ihm da ein paar taktische Finessen und Feinheiten auf den Weg gegeben. Und er hat es natürlich super umgesetzt. Gerade auch deine Sachen, die du ihm mitgegeben hast. Ja, natürlich. Geiler Typ, kann man schon mal wieder festhalten. Der Cedric auch hinter der Kamera natürlich. Denn er hat uns was zugesichert. Also es kommt im Dezember generell, kann ich schon mal vorwegnehmen, auf die Community hier einiges zu, wie man ja so schön sagt. Und da könnt ihr richtig tolle Preise abräumen. Also in der Adventszeit haben wir uns nicht nehmen lassen. Der Herze wird wahrscheinlich einen Weihnachtsbaum bei euch persönlich zu Hause aufstellen. Ich spiele Rudolf The Weight Nose Weight hier bei euch am 6.12. und, und, und. Das Ganze könnt ihr natürlich dementsprechend hier bei uns auf dem Kanal erfahren. Also schaltet immer kräftig ein. Folgt uns auch bei Social Media, also bei Instagram und Facebook. Und dann werdet ihr tolle, tolle Preise bei uns im Potbolzer Adventskalender gewinnen. Das kann ich schon mal ein bisschen anteasern hier. Und da seid ihr heute Abend übrigens die Ersten. Herze. Und eine Geschichte, die nehmen wir jetzt gleich nochmal vorweg. Denn dein Spiel letzte Woche, das hat mir besonders gut gefallen. Und diesmal spielen wir das mit dir, habe ich mir gedacht. Und nächste Woche kannst du das. Wobei wir ja schauen müssen, ob wir nächste Woche überhaupt haben. Weil die dritte Liga pausiert ja aufgrund der Länderspielpause. Müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich nicht, weil worüber wollen wir sprechen? Über die nächste Testspiel-Niederlage des MSV Duisburg am Freitagabend. Naja, schauen wir mal. Gegen wen? Gegen wen geht's? Boah, was haben wir da? Ich glaube, Osnabrück. Oh. Ja, gut. Aber die sind ja auch nicht gerade. Ja, aber es gibt ja aktuell im deutschen Profifußball keine schlechtere Mannschaft als den MSV. Ja, gut. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Weil selbst Osnabrück wird ja hin und wieder mal ein Tor schießen. Das schafft der MSV ja meistens nicht. Also, wir sprechen natürlich wie gewohnt heute Abend über alle Westclubs. Heute auch ein bisschen sogar noch ausführlicher. Ich habe mir Statistiken rausgesucht. Ich habe mir die letzten Spiele angeguckt. Ich habe mir alle Highlights nochmal gegeben und, und, und. Also, wir wissen, worüber wir sprechen heute Abend. Das kann ich schon mal versprechen. Und insgesamt wollen wir dann natürlich auch gleich zum Investen kommen. Das machen wir mal, glaube ich, als erstes, damit die Leute am meisten Zeit haben. Und der eine oder andere, der schreibt ja immer, hör mal, RWE, was wollen wir jetzt noch hier alles immer reinwerfen? Aber gut, ist ja derzeit mit dem SCV die erfolgreichste Westmannschaft aus dem Sektor hier also. Und wem Ehre gebührt. Und wir haben es immer wieder gesagt, wir würden auch gerne mal jemand anders mit reinnehmen. Hast du dir trotzdem ein paar Gedanken gemacht, wen wir da heute mal so reinwerfen können? Das habe ich tatsächlich gemacht. Brav. Ja, aber ich meine, es wiederholt sich ja schon irgendwo immer so. Es sind oft dieselben Mannschaften, was heißt Mannschaften sowieso, aber auch Spieler, die ja auch regelmäßig treffen. Sag ich mal, auch von Münster oder von Verl. Da ist die Auswahl eigentlich nicht so groß. Aber ich würde jetzt mal einen vorschlagen, den haben wir wirklich hier wahrscheinlich noch nie gehabt. So, der hat aber ein schönes Tor für den SCV geschossen. Das ist der Innenverteidiger, Petov heißt der. Das habe ich mir rausgesucht und fand ich ein sehr schönes Tor. Und jetzt haben wir mal einen ganzen neuen. Ja, kann ich dir beipflichten. Er spiegelt ja auch insgesamt so generell, wobei wir nehmen gar nicht so viel vorweg, auch gleich in der Review natürlich zum SCV so ein bisschen in der Analyse, aber spiegelt ja insgesamt auch das wieder, was der SCV da generell im Moment auf die Platte zaubert. Und da kommen natürlich viele, viele Gesichter um die Ecke. Oliver Batista, Maier, Maier Corbus, der war ja letztens auch schon hier und, und, und. Und umso, ja, schöner ist es ja auch mal, wenn man da jemand anders nehmen kann, ne? Ich bleib bei der Geschichte, die ich letzte Woche hier reingeworfen habe, kann ich dir ja schon jetzt einmal sagen. Denn, ähm, fand ich wieder sehr, sehr beeindruckend, wie man nach zwei Toren aus der letzten Woche dann in einem komplizierten Auswärtsspiel wieder so zur Sache gehen kann. Und, äh, jemand, der dort arrivierte Stürmer derzeit in den Schatten stellt, der ist für mich auch diese Woche wieder hier am Start. Und zwar kein geringerer als Joel Grodowski. Den habe ich mir nämlich auch nochmal in großen Teilen hier gerade angeguckt. Und das ist schon sehr, sehr imposant, wie, wie Leute und Fußballer derzeit auftreten können, wenn sie ein breites Kreuz haben. Und, äh, demnach nehme ich den jetzt erstmal, und wenn er weiter so macht, nehme ich den auch nächste Woche wieder, bis der hier gewinnt. Ja, gut, da müssen wir noch ein paar mehr Münsteraner hier mit reinkriegen. Äh, dann wird das vielleicht auch was. Ja, aber gut, ähm, den nächsten, den ich jetzt nominiere, da führt einfach dann auch kein Weg dran vorbei. Er ist ein Essener, er war letzte Woche bei uns, es tut mir leid. Aber wir müssen Sadie da reinbringen. Und ich eigentlich, ja, äh, möchte ich auch, dass er gewinnt. Ja, da, dann, okay. Dann nehmen wir den Sadie mal mit rein. Und ich kann mir vorstellen, dass er gute Chancen hat. Ich weiß nicht, warum, aber mein Gefühl sagt mir einfach, dass er gute Chancen hat. So, und dann wird es natürlich schwer, wenn wir hier nicht doppeln wollen, denn, ähm, Bielefeld quasi mit dem gleichen Ergebnis unterwegs, wie die Borussia aus Dortmund in der Zweitvertretung. Und wenn ich dann schaue, Herze, unsere Viktoria, äh, boah, schwer zu kämpfen, dieses Wochenende, 1 zu 5 gegen Dresden, da, äh, denke ich mal, verbietet es sich auch schon fast jemanden hier reinzuwerfen. Deswegen, und dazu haben wir vielleicht gleich nochmal so ein kleines Off-Topic-Thema. Ich finde, ähm, seit mehreren Wochen, und, äh, gibt es eine Person, die auch schon zum Teil abgeschrieben wurde, wo ein Kaderumbruch im Vorfeld der Saison stattfand. Und wo man eigentlich sagen kann, der gesamte Aufschwung von Arminia Bielefeld ist immer noch, obwohl er ja gefühlt irgendwie 480 Jahre alt ist, ähm, an Fabian Klos festzumachen. Und wenn ich mir das anschaue, wie der weggeht als Kapitän, als jemand, der auch nach dem Abstieg direkt gesagt hat, hey, ich bleib hier an Bord, ich renne hier nicht weg und, äh, will die Karre aus dem Dreck ziehen. Und dann nach so einem schwierigen und komplizierten Saisonstart, wo ihm dann auch vor der Saison noch beispielsweise Winzheimer vor die Nase gesetzt wurde, Schipnowski, also Yildirim, also da dachte man ja schon, das wird so das neue Dreigestirn da vorne drin. Ähm, setzt sich aber nach und nach immer weiter durch. Er zählte an diesem Wochenende auch, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Kopfballtor. Und den schmeiß ich jetzt einfach mal mit rein, um jetzt hier beispielsweise so eine Achse zu bilden. Perl, Münster, Bielefeld oder Zwischenessen? Genau. Und irgendwann sehen wir auch mal Wiener in Duisburg. Irgendwann wird es geschehen. Ja, ja, klar, natürlich. Du hast es ja vielleicht jetzt gerade schon mitbekommen. Markus Krebs spielt jetzt demnächst Charity zugunsten des MSV Duisburg, um dort wieder ein paar Euros reinzuholen, um dann wieder kräftig auf dem Transfermarkt im Winter zuzuschlagen, um dann allerdings wieder den einen oder anderen falschen Spieler zu verpflichten. Ja, gut, aber der sorgt ja auf jeden Fall dann erst mal für gute Stimmung. Das muss man ja auch sagen. Vielleicht sollte er mal in die Kabine so mal in der Woche oder ist irgendwo ein bisschen Lockerheit rein oder vielleicht mal so ein ... Die können auch mich gerne mal in die Kabine stellen. Ich würde den schon ein paar Sachen erklären. Also ich will dir nicht zu nahe treten, aber Markus Krebs finde ich dann doch so ein bisschen witziger als dich. Ja, ich würde dann eher so von der emotionalen Pan-Schiene kommen. Also Markus Krebs ist ja auch ein großer MSV-Fan, aber naja, ey, der hat nicht so viele MSV-Podcasts gemacht wie ich, Markus Krebs, hat er nicht. Das stimmt. Hat er nicht. Aber der hat immer dieses Trikot an bei Auftritten oder so. Da hat er immer MSV-Trikot an. Das stimmt, das stimmt. Gut, ich habe es zur Abstimmung freigegeben. Ich sehe gerade, Harenbrock liegt gerade schon mit 85% vorne. Schauen wir einfach mal. Vielleicht wendet sich das Blatt ja noch. Wir können ja im ersten Moment mal alle Leute da draußen grüßen, denn es sind schon wieder hier einige am Start. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere noch dazukommt. Hinterlass gerne ein Abo und ein Like, ihr kennt das Spiel. Und dann würde ich mal sagen, Grüße an den Pascal aus Essen, den Anselm Schirner, dann haben wir die Isabella Klaus. Mein Gott, auch mal Frauen hier am Start. Sind wir ja fast gar nicht gewohnt. Und dann die Christina Holzapfel. Jetzt haben wir einen Lauf, merke ich gerade. Dann haben wir den Dennis Käfer, den Essen LM, den Pascal hatten wir gerade, Herzi 92. Kennst du den Herzi 92? Wer könnte das sein? Ich glaube, der sitzt gerade am Mikro auch. Ja, das könnte sein. Dann haben wir den Mick Bay, den Jörn RWE, den Matthias und den RWE bzw. Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel. Geht gerne mal da drauf, guckt euch die Videos immer an von ihrem Spiel, immer am Start. Ich glaube, das passt soweit. Und ja, wir knacken jetzt gleich die 100 Leute, da freuen wir uns drauf. Ehren King Kong auch noch dabei, dann haben wir es doch fast. Und dann würde ich sagen, Herze, steigen wir mal rein. Denk dran, ab nächster Woche bist du dann dran, immer im Wechsel hier. Und wir haben uns mal, bevor wir hier komplett in den Spieltag rein starten, mal so ein paar Off-Topic-Themen reingenommen. Und eine Sache übernehmen wir jetzt einfach. Und zwar entweder oder. Wir hören das Ganze aber ein bisschen weiter aus im Vergleich zu letzter Woche. Beziehungsweise der Sedi hat es ja auch mit einer Erklärung noch beigeliefert. Also jetzt nicht einfach nur ein Wort und dann ist gut. Sondern vielleicht entwickelt sich ja hin und wieder auch mal so eine kleine Meinungsverschiedenheit oder so eine Diskussion daraus. Aber ich würde dir im ersten Moment das Wort natürlich lassen, weil ich stelle dir die Fragen und du darfst antworten. Also jetzt kommt vielleicht was Leichtes oder vielleicht auch was Brisantes zum Start. RWE oder RWO? Ja, also da muss ich schon dann RWE sagen. Also gerade auch die Erfolge mit RWE waren dann doch deutlich größer als die mit RWE. Muss man? Ja, oder sagst du, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, nee, das kann man so stehen lassen. Aber auch wenn ich immer wieder betone, dass RWE auch ein mega sympathischer Verein ist. Aber da war ich halt, ja, nicht so groß, wie ich dann bei RWE war. Muss man ja den jüngeren RWE-Fans vielleicht auch da draußen erklären. Die dich ja vielleicht, also sechs, sieben, acht, neunjährigen, die dich ja vielleicht einfach nur als RWE-Urgestein kennen. Ja, im Leben durchläufst du auch vielleicht mal mehrere Stationen. Und dann kann man ja auch offen und ehrlich sagen, wenn es auch mal woanders schön war. Ich meine, selbst Moritz Doppelkamp hat immer bei Rot-Weiß Essen gespielt. Also das geht alles, ne, heutzutage im Leben. Natürlich. Und egal, wen man ja da wieder trifft, die sind trotzdem ja alle gut auf mich zu sprechen. Und es ist immer, wie man sich so gibt und verkauft und das ehrlich rüberbringt. Und ist nicht sogar auf der anderen Seite unser Kanal hier auch ein positives Beispiel, wie es heutzutage auch sein kann? Ich sag ja nicht, dass Rot-Weiß-Essen-Fans sich mit MSV-Duisburg-Fans verbrüdern müssen. Oder dass sie sich Arm in Arm liegen müssen und die gleiche Hymne singen. Aber geht doch, oder? Ja, also was man ja hier bei uns sieht, ist ja alles fast immer Friede, Freude, Eierkuchen. Keine großen Ausfälle. Springen wir weiter auf die erste Bundesliga. Bayern München oder Bayer Leverkusen dieses Jahr, diese Saison? Bayer Leverkusen, ganz klar. Ganz klar. Also auch, weil die halt überraschend gut spielen. Von Bayern ist man es so ein bisschen gewohnt und da freut man sich echt für Leverkusen, dass es dieses Jahr echt so toll läuft. Auch mit Alonso und ja, also ich hoffe, dass es wirklich lange spannend bleibt. Ganz lange. Ja, okay. Könnt ihr gerne mal auch reinschreiben, liebe Leute, im Chat, was ihr so meint. Also ist ja auch heiß gehandeltes Thema derzeit. Bayern München oder Bayer Leverkusen, das Team der Stunde fast schon europaweit, würde ich fast sagen. Nächste Geschichte aber an dich. Aktive Laufbahn oder Karriere nach der Karriere? Ja, das ist die Frage, was die Karriere nach der Karriere ist. Nein, also würde ich schon aktive Karriere sagen. Das ist immer noch das schönste und vielleicht auch unkomplizierteste Leben dann gewesen. Oder vielleicht kommt es ja auch nochmal wieder. Bundesliga-Zusammenfassung oder Konferenz? Konferenz mit Freunden. Und jetzt auf Samstag, kommt denn Samstag bezogen? Ich meine, wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwie was gestalten nächsten Sommer. Vielleicht so eine Sondersendung einmal die Woche. Aber ich meine, es findet ein Großturnier, eine Großveranstaltung hier im eigenen Land statt. Und bislang hatten wir ja, ich sage mal so, unter der Regie von Jogi Löw in den letzten Jahren davor und Hansi Flick danach jetzt nicht unbedingt so viel Bock auf die Nationalmannschaft. Aber man hat ja schon so minimal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber unter Julian Nagelsmann kommt das gerade langsam so ein bisschen wieder zurück. Es gibt eine klare Hierarchie, zum Beispiel Gündogan Kapitän, der bleibt auch Kapitän. Und die Mannschaft spielt auch wieder besser und erfolgreicher. Und deswegen die Frage, am Samstag, Deutschland oder Türkei? Wird wahrscheinlich einfach sein, aber vielleicht auch mit einer kleinen Erklärung und was du glaubst. Ich glaube schon, dass Deutschland da das gewinnen wird oder auch ein gutes Spiel macht. Aber insgesamt muss man da echt viel Kredit irgendwie sich zurückarbeiten. Weil auch mich hat es ja komplett irgendwie verloren. So auch die, es lag jetzt nicht nur an Katar oder auch einfach die Jahre davor. Es war einfach, ich habe es mir nicht mehr angeguckt. Es hat mich nicht mehr wirklich abgeholt, nicht mehr wirklich interessiert. Und ich hoffe, dass es im nächsten Sommer wieder so ein bisschen oder deutlich mehr Wir-Gefühl so, dass man auch wieder gerne zusammen guckt. Oder ja, so ein bisschen Public Viewing wieder im Sommer. Auf sowas hätte ich Bock. Ja, kann ich dir nur beipflichten. Und hoffen wir mal das Beste. Das wird schon wieder. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Kennst du das ja, ne? Ja. Sagt man ja so schön. Perfekt. Dann würde ich sagen, es gab einen Spieltag und über den möchten wir jetzt sprechen. Wir haben gleich danach noch die Fanstimmen. Wir gucken insgesamt mal auf die Situation aller Mannschaften insgesamt in der Tabelle und, und, und. Aber wir wollen mal starten und zwar mit einem der, naja, brisantesten Themen derzeit im Ruhrgebiet. Ruhrgebiet, denn es gibt einen aktuellen Krisenklub und wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich die wenigsten vor der Saison, dass es extrem krass so tief runter geht. Also man konnte ja schon mit vielem rechnen, rund um den MSV Duisburg in den letzten drei, vier Jahren immer wieder weiterer Abwärtstrend zu verziehen oder zu verzeichnen. Aber, dass man jetzt nach 15 Spieltagen dort mit acht Punkten steht, die nächste Niederlage kassiert gegen Ingolstadt mit 1 zu 2 zu Hause. Naja, ich weiß noch, wie wir hier im Sommer saßen und haben so ein bisschen die Mannschaften eingeschätzt. Und wir kommen jetzt natürlich immer wieder zu demselben Thema. Hättest du das gedacht oder wie siehst du das? Ich meine, stellt sich ja fast gar nicht die Frage. Aber das, was wir schon nochmal hinterfragen können, naja, unter Wural, Engin Wural, der vier Wochen lang übernommen hatte, hast du ein Spiel gewonnen, immerhin, hast du mal ein Tor geschossen, hattest dann auch davor noch ein gutes Spiel zu Hause gegen Münster mit einem Unentschieden. Und es mehren sich ja jetzt schon die Stimmen, dass, obwohl bis dato eine schlechte Saison gespielt wurde, dass das jetzt nochmal am Ende die katastrophalste Entscheidung war, war, bei einer kleinen Aufbruchstimmung unter Wural mit einem Sieg, dann nochmal den Trainer zu wechseln auf Schommers. Ja, ich glaube, das ist echt so ein großer Aufhänger im Moment, weil das so ein bisschen, wie du schon oft gesagt hast, so dieses kleine Pflänzchen, diese kleine Knospe, die ja langsam so rauskriegt, die wurde einfach komplett abrasiert. Und das war, ja, tut natürlich weh, weil es lief dann nachher nicht besser. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wie du schon sagst, es war ja auch, der Zeitpunkt war maximal unglücklich, dass er dann nach einem Tag oder zwei, also Boris Schommers dann direkt das Spiel in Uerdingen hatte und dann verloren hat. Also da war ja eigentlich fast schon wieder, ja, die Stimmung ja noch mehr am Tiefpunkt, als sie sowieso schon war. Ja, sehr schwieriger Start, würde ich sagen, für ihn. Und es ist ja nicht wirklich besser geworden. So gar nicht. Und naja, also die Mannschaften fahren regelmäßig nach Duisburg, holen sich dort die Punkte. Die eigene Mannschaft spielt das Stadion leer. Also ich meine, klar, in so einem Hexenkessel hätte ich schon fast gesagt, wie heute Abend hier, fällt es für mich als Duisburg-Supporter natürlich auch nicht gerade leicht, zu sagen, dass da maximal jetzt gerade im Moment 8000 am Stadion oder eben im Stadion waren, am Ort, äh, am Start waren. Und man hat ja schon das Gefühl, die Mannschaft spielt extremst das Stadion leer, auf der einen Seite. Die anderen Mannschaften, die dort hinkommen, sich einfach problemlos die Punkte holen. Also auch Ingolstadt hat sich ja jetzt kein Bein ausgerissen. Auch Ingolstadt spielt derzeit insgesamt ja auch nicht die Saison, die sie sich vorgestellt haben. Also schon sehr, sehr ambitionierte Mannschaft unter Kölner und Grilic, gerade mit Leuten verpflichtet. Mause, muss man dazu sagen, ist derjenige, der dort wirklich eingeschlagen ist oder eingeschlagen hat. Der war jetzt sogar an dem Tag nicht dabei. Der hatte irgendwas, äh, der hatte mehr oder weniger ein gebrochenes Nasenbein, glaube ich. Ähm, aber trotzdem ja schon eine arrivierte Mannschaft. Lukas Fröde, Malone, also Spieler von Hansa Rostock, Zweitliga-Stammspieler geholt und, und, und. Äh, der MSV kriegt es aber nach wie vor nicht auf die Kette. Also, äh, sehr, sehr schwierig, dort überhaupt ein Tor zu erzielen. Dann schaffst du das, äh, der, der Fluch ist gebrochen, konnte man schon fast lesen. Denn, äh, das erste Stürmertor wurde erzielt, Herze, durch Alexander Eswein, per F-Meter. F-Meter, ja. Ja, ja, Statistik gebrochen. Äh, ich hab's am Sonntag schon mal gesagt. Es gab, äh, unter den MSV-Post zum 1-2, so, den, den Kommentar, ähm, äh, es gibt nämlich immer für jedes erzielte Tor, äh, eine Kiste Köpi. Und, äh, da hat einer drunter geschrieben, ja, das ist die Kiste Köpi, Schrägstrich, November. So. Ja, gut, noch ist nicht vorbei, aber, ja, also, du hast schon angesprochen, ähm, ähm, der MSV hat ja riesen Probleme, Tore zu erzielen oder überhaupt irgendwie, großartig, Chancen zu kreieren. Da ist es offensiv einfach viel zu dünn besetzt, ne? Und das sieht man ja irgendwie jedes Wochenende wieder und auch daran, dass dann Mai mal vorne reingeworfen wird oder sie finden da echt noch keine Lösung, noch keine Konstanz, überhaupt nichts. Und das ist halt echt, ja, mal gucken, wie sie sich im Winter retten und was dann so passiert, ne? Aber Fakt ist, da muss ja offensiv was passieren. Also, so wird's, so wird's ja nicht funktionieren und weitergehen in der dritten Liga. Nee, definitiv nicht. Und, ähm, hier schreiben auch gerade schon die Leute, ähm, dass die Fans dementsprechend alles, äh, das Recht haben, natürlich dort zu kritisieren und auf die Barrikaden mehr oder weniger zu gehen. Also, wir wollen dazu keinen anstiften. Aber vergleich das doch mal aus deiner Zeit so. Äh, du hast es ja vorhin, äh, auch schon angesprochen, du warst bei Münster, du warst in Oberhausen, du kennst Wuppertal SV, du kennst Rot-Weiß Essen, ganz brisant. Ähm, aber ich finde, es ist erstaunlich ruhig. Also, äh, ich kenne so viele Leute, unter anderem auch deinen Kumpel Aleko, äh, der mir gesagt hat, ey, mich wundert das in Duisburg. Äh, normalerweise vor 10, 15, 20 Jahren, da wären die Fans auf die Barrikaden gegangen. Also, der, äh, ich will, wie gesagt, keinen mir anstiften, nochmal. Aber die, man hat ja eher so das Gefühl, auch anhand der Stadion- oder Zuschauerauslast, äh, Stadionauslastung, Zuschauerkapazität, dass die Leute einfach einfach wirklich die Schnauze voll haben. Die haben keinen Bock mehr. Die haben noch nimmer jetzt mehr Bock und, äh, diese, diese, ähm, wie soll ich sagen, dieses Feuer generell dagegen anzustinken, sondern eher so, leck mich doch am Arsch. Ja, also das, äh, Gefühl hatte ich auch, als ich vor zwei, drei Wochen dann beim, äh, Derby war, gegen Rot-Weiß Essen, war ich ja am Stadion. Und dann war Abpfiff. Und natürlich waren alle erstmal so ein bisschen geschockt bei Gegentreffer in der letzten Minute, etc. Aber da kam ja auch kein riesen Pfeif-Konzert oder da kam, also, da war einfach relative Ruhe. Und natürlich waren die, äh, die richtigen Ultras und die Supporter auf der Stehtribüne war natürlich so ein bisschen sauer, aber, also, das habe ich schon deutlich, deutlich schlimmer erlebt, ne? Und das ist, was du auch gesagt hast mit diesem, das Feuer ist irgendwie nicht mehr da. Und ich lese ja auch manchmal vieles, wo dann schon steht, lass uns einen Neuanfang machen in der vierten Liga, alles nochmal auf Null stellen und, äh, dann wird alles besser. Und, und so dieses Resignieren einfach, dieses schon fast aufgegeben haben. Und diese Stimmung ist es, wie du ja auch gerade beschrieben hast, ne? Hinzu kommt noch, dass du, äh, dementsprechend auch in der, ja, quasi fast letzten Minute oder letzten Sekunde durch Anharie eine mega krasse Chance hast aus sieben Metern und dann links am Pfosten zentral vom Tor, äh, vorbeischießt. Also, das war mal wirklich so eine Aktion, wo ich sagen würde, das war gut kombiniert. Das war mal spielerisch wirklich voll und ganz in Ordnung. Da war Tempo drin, da war wirklich mit Bedacht, dass man da wirklich aufs Tor geht und sich was herausspielt. Und dann bekommst du diese Chance und dann steht da mehr oder weniger ein Eingewächs mit 19 Jahren vorm Tor und, äh, vergibt das ganze Ding. Passt so einfach ins Bild. Kein Vorwurf an den Jungen. Der muss aufgerichtet werden, äh, der muss jetzt ganz schnell angepackt werden. Und wir haben es ja vorhin als Spaß so ein bisschen verkauft. Es gibt ja schon wieder irgendwelche Rettungsaktionen. Jetzt gerade wurde gepostet, Markus Krebs macht, äh, Zirkus Flickflack voll. 2800 Menschen werden da reingehen. Der Gesamterlös geht dann zugunsten des MSV in die Transferperiode im Winter. Nur, ich, ich sag's ja schon wirklich seit, seit Wochen und seit vielen, vielen Monaten. Wirklich eigentlich gefühlt seit dem zweiten Spieltag, alarmierig hier. Ähm, ja, du hast jetzt sechs Punkte Rückstand. Und du hast jetzt noch relativ schwierige Spiele. Und, äh, du hattest bislang ja immer so die Möglichkeit. Und, äh, selbst, ich meine, zu Hause gegen Lübeck, was jetzt noch kommt und ansteht irgendwann. Oder Freiburg 2. Also, in der Situation, in der du dich gerade befindest, kannst du gegen Gaggern irgendwie selbstverständlich gewinnen. Und musst du halt aufpassen. Und, äh, wenn du, ähm, im, unterm Weihnachtsbaum da auf einmal minus zwölf Punkte drunter liegen hast, da möchte ich aber mal die Verstärkung sehen, die dich da mal eben rausschießen, ne? Und das ist halt so die Gefahr. Aber... Ja, vor allen Dingen, äh, wer, wer soll da kommen? Wer soll sich das denn antun? So, das muss man ja auch mal aus Spielersicht sehen, ne? Äh, das wird doch keiner sein, der von oben kommt. Äh, da kann man ja vielleicht höchstens irgendwie über eine Ausleihe oder so reden, die dann glücklicherweise irgendwie zündet, wo dann nach klar ist, okay, der geht wieder in eine höhere Liga zurück, nur damit er Spielpraxis sammelt. Ähm, ansonsten glaube ich doch nicht, dass einer sich da freiwillig dem Tabellenletzten anschließt, der super mega gut ist. Also, das würde ich als Spielersicht auch nicht machen. Weil da kommst du ja selber auch nicht gut bei weg oder raus aus der Nummer. So, das macht keinen Sinn. Genau den Ansatz, den haben wir nämlich auch verfolgt, finde ich gut, dass du es nochmal aufgreifst. Denn, ähm, klar, auf der Haben-Seite würde dann für jemanden stehen, Spielzeit, du hast es gerade angesprochen, aber auf der Gegenseite würde ja in dem Fall stehen, ey, ich weiß, und du als Spieler durch dein Umfeld und durch deinen Berater, du kennst ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Story dann über diesen Verein. Sprich, ey, da ist ein Verein, der wechselt hier alle drei Monate den Trainer. Äh, in der Kabine läuft es nicht gut. Ja, und da hast du ja schon gar keinen Bock, in so ein Umfeld reinzukommen, mehr oder weniger. Äh, dann, wie du gesagt hast, ähm, ähm, gehst du vielleicht Gefahr, dass du hier komplett mit untergehst, dass ja zum Beispiel auch dein Marktwert darunter leidet, dass du, ähm, selber vielleicht nicht deine Leistung so gut abrufen kannst und dass du im Endeffekt auch vielleicht in deiner Vita, in deinem Lebenslauf einen Abstieg drinstehen hast. Äh, da hat ja keiner Bock drauf, sagen wir mal so, ne? Aber gut, ist noch ein paar Tage hin. Wollen wir mal weiterschauen, denn es gibt ja zumindest einige Vereine, die sich ein bisschen so gefangen haben. Und dazu zählt unter anderem Arminia Bielefeld. Wir haben es vorhin angesprochen. Fabian Kloß, einer der Hoffnungsträger, geht derzeit voran. Spielen 1-1 unentschieden, die Arminen. Und, äh, wenn wir da mal so ein bisschen reingehen, ähm, also wirklich schon auffällig, dass, äh, das Kloß sich dort, ähm, nach wie vor festgespielt hat. Äh, Misuta, Japaner, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, der reingekommen ist, hat auch das Tor vorbereitet, tolle Flanke. Ich mag ja so Spieler, die dann wirklich klassisch ins... Wir haben ja gerade über Deutschland gegen Türkei gesprochen und das war ja jetzt lange Zeit unser Thema, du erinnerst dich, äh, wir haben keine 1-gegen-1-Spieler mehr oder beziehungsweise wir gewöhnen schon in der Jugend unseren Kindern das ab und vorne, wir haben keine 9. Arminia Bielefeld hat jetzt zumindest in diesem Spiel beides gut verkörpert. Ja, das stimmt. Äh, ja, aber ich sag mal, gerade so klassische Neuner, die gibt's halt entweder wirklich auf ganz hohem Topniveau oder halt so zweite, dritte Liga, ne, wo du wirklich noch mit so einem Stoßstürmer spielst, ne. Aber vieles so in Bundesliga-Vereinen, die haben das gar nicht mehr, das sind alles so spielerische Leute, ne, die nicht diese, ja, Fabi Kloß, äh, ja, Körperstruktur vorweisen, sag ich mal, ne. Ich fand das Spiel war so in drei Teile geteilt. Zum einen Bielefeld richtig gut losgelegt, sehr, sehr gute Chancen herausgespielt und dann, äh, nach dem 1-0 irgendwie aber so Sandhausen viel, viel besser im Spiel bis, bis, äh, bis wirklich so, ich sag mal, Viertelstunde vor Schluss. Dann kam wiederum Bielefeld ganz gut auf mit, mit einer guten Chance. Ähm, dazwischen gab's dann halt ein feines Tor in der Drangphase von Sandhausen. Da sind wir wieder. Es gibt auch routinierte, gut einschlagende Spieler. Stichwort Ruven Hennings, ehemaliger Bekannter, ja, aus Düsseldorf. Ähm, wie ich irgendwie so um die Ecke gehört habe, war auch dort der MSV Duisburg dran, äh, vor der Saison. Aber bevor man dann halt Esswein, äh, oder Hennings verpflichtet hat, hat man sich dann, äh, in dem Fall nicht für Köpke und Esswein zwangsweise entschieden. Aber der Ruven, der wird schon wissen, warum man nach Sandhausen noch nicht nach Duisburg gegangen ist. Also, dementsprechend tolles Tor, wie man kennt, äh, quasi mit dem linken Fuß ins lange Eck. Schönes Ding. Und kurz vor Schluss fasst dann nochmal, äh, ich glaube, Schipnoski war's, der die Latte traf für Arminia Willfeld. Ja, wenn wir da mal draufgehen, ich hab's ja vorhin gesagt, wir bereiten da, oder ich hab mir ein bisschen mal ein paar Zahlen aufgerufen. Aus den letzten sechs Spielen, eine Niederlage, oder fangen wir anders an. Aus den letzten sechs Spielen, drei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Was sagt uns das, bezogen auf die dritte Liga? Ja, gut, ähm, wie gesagt, Bielefeld steht immer noch so ein bisschen, klar, wir hatten jetzt vor dem RWE-Spiel, hatten sie ein paar Siege in Folge eingefahren. Jetzt aber wieder verloren, jetzt unentschieden, so, ja, kommen auch nicht wirklich so vom Fleck, ne? Und es ist für mich halt immer noch nicht wirklich überzeugend, aber, ich sag mal, welche Mannschaften der dritten Liga sind das im Moment, ne? So richtig überzeugend sind das nur ganz, ganz wenige, ne? Kommen wir ja gleich zu einer, die derzeit wahrscheinlich sehr, sehr stark überzeugt. Und wollen von Bielefeld, geografisch ist es ja gar nicht so weit weg, wollen dort mal, wo wollen wir denn hinspringen? Wir springen einfach mal nach, ja doch, ist doch weit weg, weil sie haben Auswärts gespielt. Die Münsteraner, da kommen wir gleich noch zu. Was denn, warum was denn, warum was denn? Dann machen wir anders, ist auch nicht geografisch weit weg. Gehen wir hier zu unseren Freunden, der Mael, der war ja da. Der Korpus, der Mael. 3-2, erfolgreich gegen den HFC, Hallescher FC. Und dazu muss man auch sagen, Perl, mittlerweile ja wieder im heimischen Stadion an der Poststraße unterwegs. Und mit einem relativ frühen Gegentreffer, Oliver Baumann, einer der Scorer, beziehungsweise ich glaube sogar der Top-Torschütze mit 10 Toren. 10 Toren, ja. Ja, vierte Minute schon, 0-1. Aber auch dort empfinde ich das so, wenn du derzeit einen Lauf hast und das ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, das habe ich mir ein bisschen zurechtgelegt. Ich finde, wenn du einmal in der Spur bist, wenn du ein breites Kreuz hast, wenn du, wenn dir viele Dinge leichter fallen, wenn du dann zum Beispiel auch wie bei Perl jetzt oder im eigenen Stadion wieder spielst, dann haut dich das nicht vom Hocker, so ein 0-1. Also mal Gegenbeispiel, beim MSV Duisburg wären nach vier Minuten wahrscheinlich schon wieder die Lichter ausgegangen. Ja, aber das ist es halt. Wenn du unten stehst und sowieso weißt, du schießt nicht viele Tore, dann bricht dir so ein Gegentor meistens schon irgendwie immer das Genick. Dann fällt wieder alles so auseinander. Wenn man denkt, okay, das war es jetzt schon wieder für diesen Samstag. Aber bei Perl ist es ja irgendwie genau andersrum. Die kassieren ja mal zwei Tore, mal drei Gegentore. Aber die wissen halt auch, wir haben die Qualität, immer wieder zurückzukommen und viele Tore zu schießen. Und ich glaube, als Mael da war, haben wir es auch schon gesagt, Perl ist ja sogar mit relativ großem Abstand, sehe ich gerade, mit 34 geschossenen Toren, ja, Platz 1 der Offensivrangliste in der Liga. Und wenn du halt so eine gute Offensive hast, dann kann dich auch Gegentore nicht so schocken. Das zum einen. Und ich glaube auch, Perl, genau wie RWE, also muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, aber Mael hat es ja auch letztes Mal erklärt, beziehungsweise wir sehen das ja auch so. Also du kannst mittlerweile den SC Ferl schon vorne mit reinwerfen und ohne, dass du irgendwie Gewissensängste hast, weil es sich ja um den kleinen Sportclub handelt. Ich empfinde das so, dass genau wie Rot-Weiß-Essen auch der SC Ferl nicht nur sich nicht umhauen lassen von irgendwelchen kleinen Widrigkeiten, sondern dass dort eine Entwicklung stattgefunden hat. Eine Entwicklung in, vielleicht von der einen Seite her, natürlich spielerisch, auch Mael hat es ja gesagt, unter Alexander Ende dann vielleicht nochmal eine Schippe draufgepackt. Ich habe mir heute auch nochmal ein Interview von ihm angehört, wo gesagt wurde, naja, der lässt uns auch relativ unsere Freiheiten auf dem Platz. Wir können irgendwie selber entscheiden, so ein bisschen. Klar, es gibt eine Taktik, es gibt eine Vorgabe, aber der SC Ferl spielt halt kurz vor Spiel, ist frei in seinem Spielverhalten heraus. Trainer will da sie jetzt nicht komplett zwangsweise an die Tafel nageln. Und ich glaube, das kommt denen zugute. Eine Mannschaft, die wirklich da auch in dem Fall eine Entwicklung durchgemacht hat. Man sieht auch zum Beispiel Batista Meier anhand dessen bei Dynamo Dresden ja jetzt nicht den Sprung gemacht in seiner Karriere, den er jetzt gerade beim SC Ferl durchlebt. Und davon hast du einige Spieler. Ich fand zum Beispiel auch Cesar letzte Saison schon bärenstark in der Rückrunde, war ja mit der Spieler, der dafür gesorgt hat, dass sie dort unten rausgekommen sind. Und so könntest du jetzt einige nehmen. Und wenn ich dann sehe, dass du zum Beispiel von der Bank noch Lokoc, Otto, Melem, Kammerbauer nimmst, da würde ich schon fast sagen, ey, Alter, vor der Saison hat jetzt quasi kaum einer, über diesen Namen so extrem krass gesprochen. Aber wenn du das jetzt nach 15 Spieltagen nimmst, musst du es ganz anders bewerten. Ja, das stimmt. Aber man muss auch sehen, die Mannschaft war ja schon vor, also letzte Saison darauf ausgelegt, Fußball zu spielen. Und ich glaube, dann haben die Verantwortlichen oder der Verein halt auch einen passenden Trainer dazu gefunden, der das weiter fortführt und sogar noch mal ein Level höher bringt. Und das hat halt echt gut funktioniert. Und das ist halt ja oft so, du holst einen neuen Trainer, der hat ja wieder eine ganz eigene andere Idee und das Spielermaterial ja gar nicht. Und dann klappt das wieder nicht. Aber da bei Fair, da ist es ja, okay, wir haben die Idee jetzt schon so seit ein paar Jahren, das wird alles fortgeführt, dann stabilisiert sich das, dann holen wir Spieler dazu, die genau dazu passen. Und deswegen, irgendwann kommt halt zwangsläufig so ein bisschen der Erfolg dabei raus. Und so ist es ja jetzt gerade. Und mal gucken, wo das noch hinführt mit dem SC Fair. Tja, wer weiß, wo das noch hinführt, lassen wir uns auf jeden Fall eines Besseren belehren. Werden das natürlich hier beobachten, kann auch der Folge recht halber dazu sagen, 18. Minute Cesar mit einem berechtigten V-Lefmeter, dann haben wir in der 26. Minute, also die haben zu dem Zeitpunkt richtig stark losgelegt, Peto, den du ja gerade auch zum Spieler des Tages nominiert hattest, mit, was war es? Was war es? War es so eine Art, ich drehe mich mal jetzt eben im 16-Meter-Raum und ziehe das Ding trocken ab? Ja, aber das war ja so, die Ballannahme war ja schon so ein bisschen artistisch, so einmal nochmal hochgehalten, dann gedreht, dann Vollspannschuss ins lange Eck. Also war ja schon nett gemacht, so für so einen, ja eher einen, der jetzt nicht so filigran aussieht. Aber das muss man dann auch mal anerkennen. Und deswegen habe ich ihn ja auch nominiert. Hast du nicht auch mal so ein Ding gemacht? Du hast doch auch mal so ein ganz Schirrestor gemacht, oder? Waren ja nicht so viele, aber ... Waren nicht so viele? Nee, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Das war meistens immer nur nach Ecke mit Kopf oder irgendwie reingesprungen oder irgendwie so ein Gedöns. Jetzt nichts wirklich Schönes. Ja, deine waren immer schön, weißt du doch. Wichtig, aber nicht schön. So, dann haben wir noch Lofo Lomo, der zum Ergebnisdienst, beziehungsweise Batista Maier, sorry, in der 42. Minute noch zum 3 zu 1. Naja, bei dem läuft es einfach. Guckt es euch gerne mal an. Auch tolles Tor. Und das Besondere daran war Vorarbeit Luka Unbehauen. Das heißt, der Torwart vom SFL, der drischt das Ding mal nach vorne. Batista Maier setzt sich durch, lässt in dem Moment noch zwei Leute aussteigen. Klar, der hat im Moment natürlich sicher auch den Respekt der Verteidiger erarbeitet, sodass auch dort noch mal zwei Leute vorbeilaufen. Wartet dann quasi ab, bis der Torwart rauskommt. Schießt ihn dann genau im richtigen Moment durch die Beine. Mehr oder weniger ins leere Tor. 3-1. Bei ihm sieht das immer alles so ein bisschen aus wie Hallenfußball. Also der hat echt eine super Technik, wie so ein Hallenspieler. Aber halt auf einem großen Feld. Das ist echt richtig schön anzusehen. Definitiv. Finde ich auch. Und Lofolomo kurz vor der Halbzeit. 45 plus 1 zum 2 zu 3 aus Hallesicht. Aber sollte nicht mehr reichen. Der SFL gewinnt heimst die nächsten drei Punkte ein. Und dann gehen wir mal auf unsere nächste Partie. Und zwar, boah, jetzt habe ich hier Dortmund gegen Lübeck vorbereitet. Dazu kann ich aber relativ wenig sagen. Du warst ja wahrscheinlich im Stadion Rote Erde und kannst uns mal berichten, wie es vor Ort war, Herze. Er hat ein bisschen gezogen, war kalt und regnerisch. Nein, ich habe auch davon jetzt nicht viel... Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht unser Steckenpferd, die zweite Mannschaft der Borussia. Warum? Da sind wir uns alle einig. Ich glaube, auch im Chat hat sich jetzt keiner so richtig verirrt, der jetzt unheimlich Bock darauf hat, dass wir über den BVB 2 hier lang und breit reden. Aber naja, wenn das so ist, gerne in die Kommentare schreiben. Dann bereiten wir uns das nächste Mal besser auf diese Mannschaft vor. Dann lassen wir uns trotzdem mal, auch wenn mir jetzt gerade die Grafik dazu fehlt, dann springen wir einfach zu der hier über. Und zwar der SC Freiburg 2 gegen Preußen Münster. 2 zu 2 unentschieden. Und mir ist dort eine Sache besonders aufgefallen, so dass ich sagen würde, und dazu mache ich jetzt hier auch mal die Statistik von den Preußen derzeit generell auf, da hast du wirklich, wenn du auf Transfermarkt gehst und dort die Quelle nimmst, du hast da alles im Gepäck. Du hast dann unentschieden, wie jetzt in Freiburg. Du gewinnst zu Hause dein Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Ulm zu dem Zeitpunkt. Verlierst dann aber in Regensburg, verlierst in Dresden, wo du natürlich gegen den Tabellenführer aus Dresden 1-0 verlieren kannst. Spielst zu Hause gegen die Löwen, die ja die Unkonstante der Liga darstellen, quasi 1-1. Gewinnst dann 4-1 in Halle, gewinnst dann 4-0 gegen Aue. Spielst aber gegen Duisburg, den Tabellenletzten und Unentschieden. Also wirklich alles breit gefächert bei Preußen Münster mit am Start. Ich muss ganz ehrlich aber sagen, jetzt könnte man hingehen und feststellen, naja, so eine Wundertüte wirkt für mich aber nicht so, wie die Ergebnisse sich darstellen, so dass ich es unterm Strich sogar sagen würde, ey, die holen trotzdem irgendwie immer ihre Punkte. Lass sie mal ein Spiel verlieren. Da ist jetzt aber kein Negativ-Trend zu erkennen, wo man mal 4, 5 Spiele hintereinander verliert, sondern die haben die Möglichkeiten, immer mal wieder einen rauszuhauen. Und auf der anderen Seite, vorne extrem stark, wie ich finde, du hast Badmatz, du hast Grodowski, der jetzt gerade wie Kai aus der Kiste kommt und da alles zerschießt. Nachdem Badmatz ja über viele, viele Wochen der Scorer war. Dann hast du jetzt, wie gesagt, Grodowski. Und in der Hinterhand, darfst du ja nicht vergessen, die beiden Aufstiegsstürmer, mehr oder weniger, Wooten und Wegkamp. Also das ist schon eine Garantie, die du hast, zumindest auf Tore. Also ja, das ist wirklich ein großes Fund, was diese Mannschaft hat. Und ja, es ist, glaube ich, auch, es ist einfach dritte Liga. Und sie können da mithalten und deswegen kommen die Ergebnisse ja auch immer so zustande. Und gewinnen sie, spielen sie unentschieden, verlieren. Aber einfach, weil sie in dieser Liga einfach eine Mittelmaßmannschaft sind, die ganz normal mithalten können mit allen. Und dann entscheidet halt oft die Tagesform, auch der Stürmer. Und es können halt ja meistens, spielen ja nur zwei bei Münster vorne. Da heißt, es sitzen die anderen zwei auf der Bank. Aber trotzdem jetzt, Wooten wurde ja eingewechselt, hat dann getroffen. Solange das ja so funktioniert, ist ja alles wunderbar. Die sind halt nicht abhängig dann von einem oder zwei, sondern auf mehrere Schultern verteilt, wie man so schön sagt. Das hast du auch sehr schön gesagt, genauso wie man es wirklich immer sonst sagt. Da hast du vollkommen recht. Und dann gab es noch eine Partie, nachdem wir jetzt einfach mal das 5 zu 1 von Dynamo Dresden bei unseren Freunden aus Köln unter den Tisch fallen lassen, gab es aber noch eine Partie, und zwar die von der Hafenstraße. Denn Rot-Weiß Essen gewinnt 2 zu 0 gegen Waldhof Mannheim. Ich habe gerade nebenbei eine Nachricht bekommen, da war ich gerade ein bisschen irritiert. Deswegen entschuldige ich mich. Ist der Ton weg? Oder was ist das mit einer langen Pause? Entschuldige ich mich. Ich habe hier gerade noch eine WhatsApp bekommen und war ein bisschen irritiert über die Nachricht, die ich erhalten habe. Aber ich versuche es mal. Sind das wieder Bilder ohne Klamotten oder was? Ist da wieder gekommen, da du so stockst. Das verrate ich dir nicht. Okay. By the way, welches Hemd hast du eigentlich heute an? Ja, das ist so ein bisschen bunter heute geraten. Das stimmt, ja. Von dem klassischen Hennes und Mauritz oder wie es heißt? Second Hand, weiß man nicht. Original 80er, 90er Jahre. Irgendwann wird das mal produziert worden sein. Achso, jetzt schweifen wir so ein bisschen ab, aber ist ja wurscht. Unser Podcast, können ja machen, was wir wollen. Hast du Karnevalfeiern? Nein, tatsächlich nicht. Leider, aber es ist ja auch Wahnsinn gewesen. Da fällt der 11.11. auf den Samstag. Da war ja die halbe Welt, war ja in Köln und Düsseldorf. Einer dieses Podcasts war ja auch wild unterwegs, wie ich das gesehen habe. Wer könnte das wohl sein? Ja, aber da hast du ordentlich Gas gegeben, oder? Konntest du das an den Bildern erkennen? Ja, du hast gute Gesichtsausdrücke teilweise dabei in deinem Status. Ohne da jetzt zu viel zu verraten. War wild. Ich war erst bei der Viktoria in Köln gucken. Nein, Quatsch. War ich natürlich nicht. Und dann bin ich rübergegangen, wollte ich fast sagen. Nein, nein, nein. Spaß beiseite. Ja, RWE gewinnt 2 zu 0 zu Hause vor großer Kulisse. Und ich meine, das brauchen wir schon fast gar nicht mehr dazu sagen, weil das ist meistens der Fall. Gegen Waldhof Mannheim, einem weiteren Sorgenkind der dritten Liga, die es ja geschafft haben, letzte Woche Sonntag in dem historisch schlechtesten Spiel, ich kann es immer nur wiederholen, der Drittliga-Geschichte gegen den MSV Duisburg 0 zu 0 unentschieden zu spielen. Ja, die stehen auch unter Druck. Rüdiger Rehm da, der Trainer, auf Seiten der Mannheimer. Und wir haben gerade über Perl gesprochen und gesagt, die durchlaufen derzeit oder laufen mehr oder weniger durch eine Phase der Entwicklung. Und wenn ich das über Perl sage, würde ich das auch mal über RWE behaupten. Denn wie ich vernommen habe, ohne jetzt das Spiel komplett 90 Minuten gesehen zu haben, war es jetzt so eine Partie, wo man sagen könnte, okay, hey, wir tun uns insgesamt ein bisschen schwer zu gewissen Zeiten des Spiels. Mannheim macht es für ihre Verhältnisse an dem Spieltag recht ordentlich. Wir verschießen zu allem Überfluss noch einen Elfmeter. Und man hat irgendwie so das Gefühl, boah, wir haben gerade so eine Serie. Und irgendwann kann es ja auch damit mal zu Ende sein. Oder wir kommen einfach mal auf den Boden der Tatsachen wieder zurück und spielen in so einem Spiel, was ja jetzt auch kein Weltuntergang gewesen wäre, gegen Mannheim vielleicht mal nur 0-0 oder 1-1. Also nicht falsch verstehen. Ist ja immer noch voll im Rahmen, sage ich mal. Aber dann kommt Kollege Cedric. Und man gewinnt unterm Strich das Spiel 2-0. Ja, aber das ist auch, wie du schon sagst, dieser Entwicklungsprozess. Und ich habe sie ja in Duisburg live gesehen, gegen Dresden habe ich sie live gesehen. So in den letzten Wochen ist da wirklich was so entstanden. So eine Selbstsicherheit in ihrem Spiel, wo man auch sagt, okay, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es jetzt die nächsten Wochen großartig schlechter wird oder dass sie unbedingt Spiele verlieren müssen oder unentschieden. So die machen echt ihr Ding. Egal, wie es jetzt von außen so läuft. Und das gerade nach diesen zwei Niederlagen, die sie da einstecken mussten, haben sie jetzt ja fünf Siege am Stück. Das ist ja einfach nur Wahnsinn. Und dann kommt halt noch die individuelle Klasse dazu. Wenn du hier Obos siehst, der regelmäßig die Gegenspiele aussteigen lässt und da echt für Torgefahr sorgt oder auch natürlich viele Tore selber schießt, dann ist das schon echt gut geworden. Das muss man sagen. Das muss man mal neidlos anerkennen. Und wenn wir schon darüber sprechen, dann gibt es ja hier bei uns auch, schnall dich an. Immer wieder schön dieses Gegenspiele. Ja, ne? Und deswegen, nimm es mal hier mit rein, denn wir haben hier unsere Rubrik, deine eigene Rubrik, besser gesagt. Sag mal Herze. Und keiner, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, ist ja so nah dran gewesen und hat mit Sicherheit immer noch die eine oder andere Information. Und selbst wenn nicht, wenn du es nicht vorlocken möchtest, dann werden wir es jetzt ein bisschen rauskitzeln. Christoph Zabrowski war ja, und ich weiß jetzt nicht, ob er so maßgeblich daran beteiligt war, dass du vielleicht jetzt nicht mehr dabei bist, aber stand ja schon auch in der letzten Saison maßgeblich auch in der Kritik. War ja einer der Hauptschuldigen, der ja auch immer wieder gefordert wurde, ja nicht zurückzutreten, aber dass dort auf dieser Position gehandelt werden sollte. Und egal, in welchem Verhältnis man zu ihm steht, unterm Strich gibt der Erfolg aber einem immer recht, oder nicht? Da hast du recht. Aber diese Frage, die habe ich mir letztens auch selber schon so ein bisschen gestellt und auch beantwortet. Und zwar wie folgt. Er war letztes Jahr nicht unbedingt daran schuld oder dafür maßgeblich verantwortlich, dass es so schlecht lief. Und genauso würde ich das jetzt auch sagen, ist er nicht der heilige Messias jetzt auf einmal und macht Dinge anders und besser, weil es jetzt besser läuft. Er hat besseres Spielermaterial zur Verfügung, Punkt. Und ich weiß, dass da jetzt nicht viel anders gemacht wird als letzte Saison. Da wird nicht groß anders geredet, da wird nicht groß anders trainiert. Es sind einfach bessere Spieler dieses Jahr da und deswegen läuft es besser. Muss man den Leuten ja vielleicht mal erklären, auch du aus deiner Profi-Erfahrung heraus. Machen Trainer in gewissen Situationen dann auch wirklich mal was anderes, weil oftmals hörst du ja in Interviews, beispielsweise in der Bundesliga, hey, im Erfolg arbeite ich genauso hart und so akribisch wie im Misserfolg. Oder gibt es trotzdem Feinheiten, wo du so ein bisschen justieren kannst, wo du sagen kannst, naja, gerade wenn es nicht gut läuft, dann muss ich vielleicht nochmal mehr Einzelgespräche führen. Dann muss ich vielleicht doch nochmal die Medizinbälle à la Magath rausholen. Die Peitsche in dem Fall. Oder, oder, oder. Hast du in deiner Vergangenheit dann doch schon immer mal wieder zu spüren bekommen, hört sich jetzt hart an, aber hast du gemerkt, dass ein Trainer auf gewisse Situationen dann doch was anders macht, unabhängig von der Mannschaftsaufstellung natürlich. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das ist meistens aber dann, wenn es halt nicht so gut läuft, ne. Ja. Dann irgendwann kommt der Punkt, wo die Trainer auch merken, okay, es geht jetzt so ein bisschen auch an meinen eigenen Arsch und das könnte eng werden. So, und dann entwickeln sich manchmal Dinge, wo du denkst, okay, was ist denn jetzt da auf einmal seine Idee? So war der doch vorher nicht, ne. Und es kann sein, dass auf einmal die Mannschaft da total mit einbezogen wird in der Aufstellung, dass da Leute auf Positionen spielen, wo sie noch nie vorher gespielt haben, dass Leute spielen, die die ganze Zeit auf Tribüne saßen oder dass das Training komplett umgestaltet wird. So alles so ein bisschen angepasst an die Spieler, was die jetzt wollen, nur damit man dann quasi denen so den, sag ich mal, schwarzen Peter zuschieben kann, weil man sagt, ja, die haben jetzt alles gekriegt, was sie wollten und wenn es dann nicht läuft, also dann bin ich aber raus. Dann habe ich da keine große Schuld dran mehr und also es gibt immer viele Dinge. gerade angesprochen, ich gucke es mir auch gerade im Hintergrund nochmal an. Selbst so, naja, Chancen von Mannheim, die vielleicht dann doch auch vorhanden waren, genauso wie einen, kann man sagen, glaube ich schon unterm Strich, schwach gestretenen oder schwach geschossenen Elfmeter von Obus. Klar, wenn der Torwart in die andere Ecke fliegt, da würde jeder sagen, ey, geil verladen, war in dem Fall nicht der Fall und du gehst dann halt also mit so einem Erlebnis quasi dort weiter. Aber, und jetzt kommt es ja, schöne Flanke von Rios Alonso, Sadie setzt sich ab und kannst ja mal nochmal über ihn kurz ein paar Worte sagen, denn du hast ja sehr, sehr lange und gut mit ihm zusammengespielt. steht dort richtig, spitzer Winkel, ich sag mal, 10 Meter, 11 Meter bis zum Tor, aus dem Winkel zumindest und es ist, glaube ich, nicht voll spannend, es ist eher so mit der Innenseite, aber haben wir ihn ja auch letzte Woche schon so tituliert, feiner Fußballer und wenn er was kann, dann kann er das. Ja, da hast du recht, also technisch wunderbar genommen, also es war echt ein super anspruchsvolles Tor halt auch und was, glaube ich, auch nicht vielen so bei RWE gelingt und auch in der dritten Liga vielleicht nicht ganz so vielen, von daher super. Ja, Rios Alonso, ob der den Ball jetzt da hinflanken wollte, lassen wir mal da stehen, aber gut, nein, super, super Tor von ihm und es ging ja noch weiter. Er hat ja auch eine zum zweiten Tor maßgeblich beigetragen. Ja, und da muss man wirklich schon sagen, auch beim zweiten Tor, das sind, also wenn ich sogar beide Tore übereinander lege, das gefällt mir wirklich gut, weil du in beiden Situationen, finde ich, Selbstbewusstsein erkennst, also das Ding, würdest du beim, tut mir leid, aber würdest du als Tabellenletzter wahrscheinlich jetzt erstens A vielleicht gar nicht so nehmen und zweitens B, würdest du den, wenn du den so nimmst, wahrscheinlich über Stadion schießen. Also gefühlt so im Moment. Und das ist das eine. Und das andere ist, wie gut auf, oder was mir gut gefällt, dass du wirklich eine Dynamik spürst derzeit. Also ich glaube, auch da steht kein anderer so sehr dafür wie beispielsweise Obus, der ja schon alleine gegen den MSV Duisburg ein tolles Tor erzielt hat, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, dann nochmal nachgelegt hat. Denn bei RWE gibt es ja immer noch diese, letzte Woche war ja Berlinski, aber gibt es ja immer noch diese, ja, Geschichte rund um diesen klassischen Mittelstürmer. Du hattest jetzt versucht, Wonic da reinzubringen, du hast generell mit der Umstellung vorne diesen Erfolg zurückgebracht, wo man jetzt aber immer noch nicht behaupten kann, du hast jetzt derzeit den Stürmer, den du so in Szene setzt, dass er am Ende der Saison bei 15 oder 20 Toren landen würde. Das hast du, glaube ich, immer derzeit noch nicht. Macht aber gar nichts, wenn andere natürlich dann dementsprechend in die Bresche springen und wenn du dann vielleicht insgesamt vorne in der ganzen Offensive unberechenbar bist. Weil wir haben gerade gehört, Berlinski letzte Woche, dann haben wir jetzt Sedi gehabt, dann haben wir Thor Müsel, der auch immer mal ein Tor erzielen kann, dann hast du jetzt Obus, der größer hervorsticht oder herauskommt. Auch in dieser Situation spielt vorne rein, ich glaube Müsel ist es, nee, Sedi ist es dann, genau, du hast es ja vorhin gerade weggenommen, der sich quasi schön eindreht, dann den Ball zurückspielt auf Obus, der ja genau den Laufweg einfach komplett durchzieht. Und auch dort, korrigiere mich gerne, früher im Amateurfußball haben meine Trainer immer zu mir gesagt, geh mal auch immer mal wieder den Ball genau hinterher, dort wo du ihn reinspielst. Also mach den Laufweg und hol dir den Ball dann gegebenenfalls ab. Und das macht er in dem Fall. Klar, Mannheim verteidigt es aus meiner Sicht auch schlecht. Erstmal, dass du die Zentrale nicht komplett zumachst. Dann werden auf Außen mehrere Spieler komplett überlaufen. Keiner geht richtig mit. Obus zieht aber konsequent durch. zieht auch vor dem Mann noch rein. Ich glaube, Abifade ist es. Und wenn der natürlich noch einen Schritt mehr macht, ist es dann in dem Fall vielleicht sogar noch ein Elfmeter. Obus zielt aus meiner Sicht total aufs richtige Eck, weil ich glaube, aus dem Winkel dann ins lange Eck wäre ein bisschen schwieriger geworden. So macht er es cool und gut, souverän. Und der Torwart hat, glaube ich, keine Chance. Ja gut, das habe ich so ein bisschen anders gesehen. Ja gut, Abifade, dass der da nicht nochmal so hingeht, weil er den ersten Elfer schon verursacht hat, ist klar. Aber dann glaube ich eher, dass Obus den so ein bisschen mehr durch die Beine vom Torwart schießen wollte. Und der so ein bisschen in die kurze Ecke abrutscht. Und da darf der Ball nicht reingehen. Also da muss der Torwart die kurze Ecke viel mehr zu haben, weil Obus ist ja schon in so einem Winkel, dass er ja eigentlich gar nicht mehr ins lange Eck irgendwie richtig den Ball unterbringen kann. Also der darf so nicht fallen von der Torhüter-Sicht aus, würde ich jetzt sagen. Aber Tor ist Tor. Tor ist Tor, vollkommen richtig. Und Rot-Weiß-Essen gewinnt dadurch also zwei Stunden. Es läuft. Und immer 2-1. 2-1. Bis auf Sonntag. Ja, Mannheim. 2-0. Und ich sag mal, wenn du eine Garantie hast, zumindest die letzten fünf Spiele belegen es ja, du schießt jedes Spiel zwei Tore, dann sieht es schon mal sehr gut aus, dass du das Spiel höchstwahrscheinlich nicht verlierst. Ja, wenn du immer nur eins kriegst, dann geht die Rechnung auf jeden Fall auf. Und wenn das so weitergeht, dann gewinnt man auch jedes Spiel, wenn man zwei schießt, eins kriegt. Also meine ich. So müsste das sein. Dann lass uns doch mal bei RWE vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir haben ja auch viele Leute da draußen, die uns jetzt gerade deswegen mit Sicherheit auch schauen und zuhören. Grüße an nochmal ein paar. An dieser Stelle haben wir vorhin zwar schon mal gemacht, aber machen wir jetzt nochmal. Den Alex Philipp, dann haben wir Mick Bay, dann haben wir Anseln Schirner, dann haben wir Andreas Frenkel, Matthew Broderick, dann haben wir den Pascal, den Andi Frenkel hatte ich gerade schon schief, Handkar, Tobias Briede und, und, und. Schön, dass ihr alle da seid. Lasst gerne noch ein Like da, ihr kennt das Spielchen. Spiel und gerade in Bezug auf das RWE-Spiel könnt ihr bitte gerne auch im Nachgang an die Sendung, kostet vielleicht eine Minute Arbeit, vielleicht nochmal reinschreiben, wie ihr das Ganze rund um RWE derzeit seht, wie ihr das Spiel am Wochenende wahrgenommen habt und was ihr glaubt, was diese Saison vielleicht noch möglich ist. Und da kommen wir auch zu der entscheidenden Frage, Herze, derzeit Tabellenplatz Nummer 3 für Rot-Weiß Essen. Und ich entnehme das gerade so, dass alle derzeit unaufgeregt an die Sache herangehen und schreiben ja auch sehr, sehr viele Leute, egal wenn ich die eine oder andere Story poste oder irgendwie einen Beitrag sende bei Instagram, ey, das ist eine Momentaufnahme und bleibt mal locker und von Spiel zu Spiel und, und, und. Also ich finde, das Umfeld macht es derzeit richtig gut, aber die Medien interpretieren da natürlich immer mal wieder ein bisschen mehr rein. Zum Beispiel ja auch Magenta Sport, die dann dementsprechend auch vor Ort immer darüber berichten, die die Spiele übertragen und, und, und. Ist ja auch logisch, dass die dann dementsprechend fragen. Und wenn du dir anschaust, die ganz, ganz Arribierten sind ja noch ein Stückchen dahinter. Ich sag mal sowas wie Arminia Bielefeld, wie Saarbrücken, wie Mannheim, die hochgehandelt wurden. Klar, es gibt so Vereine wie, wie, ähm, Sandhausen und Ingolstadt, die sich so langsam anschieben. Aber wenn du schaust, hinter RWE steht ja zum Beispiel Verl, Ulm und Unterhaching. Ich meine, da brauchst du dich jetzt derzeit im Moment auch nicht verstecken. Stimmt, ähm, ich glaube, Sandhausen, die werden, die werden noch kommen, weil die hatten eine komplett neue Mannschaft und müssen halt auch erst mal erst dauert, sich zusammen zu finden. Aber die haben halt echt Qualität, ne? Und ja, ob Bielefeld dann nochmal, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich setze eher so ein bisschen auf Sandhausen, vielleicht Ingolstadt und den SC Verl, den habe ich da auch echt auf dem Plan, weil die spielen auch echt einen super Ball und haben halt gar keinen Druck. RWE hat auch keinen Druck und deswegen sind auch alle so entspannt, weil du hast letzte Saison ja echt mit Hängen und Würgen das irgendwie geschafft und jetzt ist ja alles so, was jetzt gerade ist, Bonus. Damit hat keiner gerechnet. Alles ist super und im Flow und wunderbar. Aber du kennst die Mannschaft ja. Ist die unter den Gesichtspunkten, dass viele andere derzeit ja auch schwächeln, auch mit Mannschaften, mit denen du eher oben gerechnet hast? Ist das auf der einen Seite der Mannschaft zuzutrauen, dass die mit der Qualität, du hast es ja gerade gesagt, ist eine ganz andere Qualität als zum Teil zumindest in der letzten Saison und auf der anderen Seite hast du dieses Momentum auf deiner Seite. Ist das diesem Kader zuzutrauen, unter den aktuellen Gesichtspunkten relativ lange dabei zu bleiben? So weit würde ich jetzt erstmal gehen, weil auf der anderen Seite, wir werden ja gleich auch nochmal uns die Tabelle anschauen. Ich denke mal, wir sind uns fast einig, so Platz 1, 2, die werden wahrscheinlich komplett schon relativ früh und zeitnah vergeben werden. Ja, so würde ich das auch sagen und sie sagen es ja auch selber, dass es viel besser läuft als gedacht und ich hätte jetzt auch gesagt oder gedacht so vor ein, zwei Wochen, okay, das ist alles jetzt eine super Serie, das läuft, aber so immer mehr kommt da so ein Gefühl der Sicherheit rein, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht doch nicht mehr alles so ein Zufall und die können da was reißen und also ich bin gespannt. Es wäre auf jeden Fall mega cool, wenn die irgendwie um den dritten Tabellenplatz so lange wie möglich dabei bleiben. Relegation, Schalke gegen Essen. Ja, das höre ich ja an allen Ecken und Enden, wie wahnsinnig das wäre und das wäre es tatsächlich, aber da glaube ich noch nicht dran. Also weder an Schalke in der Relegation, da sehe ich eher Essen in der Relegation. als Schalke, glaube ich. Oh Mann, da schauen wir mal. Aber du als Spieler, also die meisten sagen ja immer von Spiel zu Spiel und ich gucke nicht auf die Tabelle, aber jetzt mal ehrlich, da kommst du doch gar nicht drum rum, oder? Also als ob da jetzt irgendeiner nicht auf die Tabelle schaut. Nö, aber jetzt kannst du ja auch auf die Tabelle gucken, weil es ist ja angenehm, ist ja positiv und von daher ist das ja alles okay. Was ich noch bemerkenswert finde ist, klar, du hast, kann man schon leicht argumentieren oder fair argumentieren, dadurch, dass du zwei, drei Klatschen hattest diese Saison, aber du stehst immerhin mit einer Tordifferenz von 19 zu 19 auf Platz 3, ist auch seltenst vorkommend. Dann hast du aber auch auf Platz 5 zum Beispiel Ulm mit 23 zu 23 mit einer Tordifferenz von 0 und selbst Aue als Siebter auch mit 0. Also das sagt ja schon insgesamt sehr, sehr viel aus, auch wenn du dir die Punkteabstände anschaust. Ich sag mal, bis, auch wenn wir mit Arminia jetzt nicht rechnen aufgrund dieser Inkonstanz, aber du kannst ja, guck mal, wenn du Arminia Bielefeld bist, auf Platz 14, dann kannst du mit einem Sieg mal eben locker auf Platz 7 springen. Von 14 auf 7 mit einem Sieg. Klar, wenn die anderen nicht gegeneinander spielen und wenn die verlieren. Ja, aber ich will damit sagen, und das kannst du uns ja abschließend jetzt zu diesem Thema nochmal sagen, du hast ja auch mit RWE ein paar Jahre in der Regionalliga gespielt, da hieß es immer Drecksliga, Schweineliga, wir haben unsere 2, 3, 4 Konkurrenten und der Rest ist so ein Pflichtprogramm, wo du natürlich auch immer mal so gestrauchelt bist, aber jeder einzelne Spieler, auch bei RWE, sagt ja immer, hey, diese Liga, die ist eine ganz andere, die ist ganz anders zu bewerten, da kann wirklich jeder gegen jeden gewinnen, die ist so ausgeglichen und das macht ja auch ein bisschen was mit dir als Verein, als Spieler. Wie sehr ist da der Unterschied oder wie empfindest du das und wie positiv ist das vielleicht auf der anderen Seite auch derzeit zu bewerten, weil gerade dadurch, dass es so ausgeglichen ist, dass du dann in dem Moment auf Platz 3 stehst. Also in der Regionalliga war es halt immer so, du musst gewinnen, du hast immer den Druck, dass du der Favorit bist und musst jedes Wochenende liefern und es hat ja auch oft gereicht, wenn du nicht an die 100% gegangen bist, da haben wir auch manchmal 90% gereicht, um zu gewinnen. Das hast du in der 3. Liga halt nicht, weil die, wie du schon sagst, sehr, sehr ausgeglichen ist. Da musst du immer an die 100% und das zeigen ja auch die Ergebnisse, die sind ja bis jetzt auf manche Ausnahme am Spieltag immer sehr knapp mit einem Torunterschied oft. Und von daher ist es so, dass du ja quasi nichts zu verlieren hast, weil du bist nicht der Favorit, es kann alles passieren, aber du gibst dann wirklich an die 100%, weil du weißt, okay, drunter wird es dann halt auch schwierig. Dann kann es sein, dass du verlierst. Und so ist das halt. Und gerade jetzt für Rot-Weiß-Essen ist es halt diese Leichtigkeit, weil du weißt, okay, mit uns hat da oben keiner gerechnet und easy going, machen wir einfach mal so weiter. Ich finde ganz ehrlich, dass Rot-Weiß-Essen schon, abschließend jetzt dazu, in gewissen Dingen auch ein bisschen gepokert hat. Und ich finde auf der anderen Seite es auch natürlich zumindest erwähnenswert, dass man schon dadurch auch erkennen kann, dass sich alles zum Guten, zumindest in einer aktuellen Zeit, dürfen wir jetzt auch nicht überbewerten, sind ja auch realistisch, aber dass sich dann daraus auch was entwickeln kann und dass sich das auch zum Guten wenden kann. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Du hattest ja gefühlt vor einem Jahr mit der Dabrowski-Kritik, mit danach den ganzen, ich sag mal so, in der ersten Saison mehr oder weniger gegen den Abstieg zu spielen. Dann hattest du irgendwann die Jahreshauptversammlung, dann hattest du irgendwann das Thema jetzt vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen mit Bastians. Das heißt, du hattest ja einige gesamtheitliche Baustellen, so möchte ich das jetzt mal sagen. Und du hast am Trainer festgehalten, du hast die Mannschaft im Sommer ein wenig verändert, du hast den sportlichen Leiter ausgetauscht, du hast neue Leute dazugenommen, du kombinierst es aber gerade aktuell, so wie ich finde, zum Beispiel Leute wie Völke kriegen Spielzeit, Kaiser kriegen Spielzeit, Harenbrock ist Stammspieler derzeit. Auch dort gehst du ja quasi in die Entwicklung dieser Spieler nochmal einen Schritt weiter. Ja, und das, Bastians weg, hinten Alonso, Götze, Duo, hätten sich ja wahrscheinlich so in der Form auch die wenigsten vor Saisonbeginn so genau vorgestellt, sag ich jetzt mal. Und das zeichnet sich, oder das ist ja schon so ein Ding, was man insgesamt den Leuten, die daran beteiligt sind, um diese Entscheidung zu treffen, anrechnen muss, dass die Entscheidungen so getroffen wurden, dass die natürlich jetzt aufgegangen sind. Ich will jetzt nicht nur von Glück sprechen, aber stell dir mal vor, das wäre, das ein oder andere Thema wäre hinten rüber gefallen, dann wäre dir das komplett vor die Füße gefallen, 100%. In dem Fall aber trotzdem abschließend, schön zu sehen, aus Essener Sicht, dass diese Dinge greifen. Ja, definitiv. Aber es ist halt nicht immer auch die Sache von Mut oder jetzt machen wir das jetzt, weil wir davon überzeugt sind, sondern manchmal spielt auch das Geld dann so eine gewisse Rolle, weil du vielleicht einfach auch nicht die Möglichkeit hast, Spieler auszubezahlen, noch einen neuen Trainer zu holen, weil der alte noch Vertrag hat. Und das sind alles so Dinge, die ja mit reinspielen. Und wenn du dann ja auch hörst, wie viel Kohle dann irgendwo an einer anderen Stelle fehlt, dann wird ja klar, okay, die sind jetzt gerade nicht auf Hosen gebettet und die freuen sich wahrscheinlich gerade ein Bein ab, dass das so gut läuft, wie es gerade läuft, ohne dass sie jetzt riesige Investitionen noch getätigt haben. Okay, sie haben Obo, nicht Oboz, Wonitsch gekauft und Sapina gekauft. Davon ist einer natürlich gerade voll eingeschlagen mit Sapina. Wonitsch kommt jetzt auch immer mehr in Tritt. Von daher ist das ja alles im Moment wunderbar aufgegangen. Das muss man dann so sagen. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Und dann würde ich sagen, lass uns mal drauf schauen. Wir haben gleich noch zwei, drei kleinere Themen, aber wir machen den 15. Spieltag einmal ganz kurz rund. Und zwar, Viktoria Köln spielt oder unterliegt am Freitag bereits Dynamo Dresden mit 1 zu 5. Dann haben wir den 1. FC Saarbrücken, der nach der Pokalsensation gegen Bayern München jetzt nicht so richtig in Fahrt kommt. 2 zu 3 gegen die Löwen. Dann Perl gewinnt 3 zu 2 gegen Halle. Arminia Bielefeld 1 zu 1 gegen Sandhausen. Duisburg unterliegt 1 zu 2 Ingolstadt. Unterhaching in einem Klassenspiel 0 zu 0 gegen Aue. Dann haben wir Dortmund 2 gegen Lübeck 1 zu 1. Und am Sonntag dann noch Freiburg 2 gegen Preußen Münster. 2 zu 2 haben wir drüber gesprochen. RWE gegen Mannheim haben wir auch drüber gesprochen. 2 zu 0. Dann haben wir Jahn Regensburg 2 zu 0 gegen Ulm. Und Saarbrücken gegen Dynamo Dresden findet... Oder fand am Sonntag statt? Sehe ich gerade, warte mal. Ne. Am nächsten wird ja am 19.11. wird es gespielt. In der Länderspielpause am Sonntag um halb 2. Folgendes Tabellenbild. Wir haben Dynamo Dresden auf 1 mit 34 Punkten. Dann haben wir Jahn Regensburg ebenfalls 34 Punkte auf Platz 2. Darüber sind wir uns ja mehr oder weniger einig, dass die derzeit ihre Kreise ganz, ganz oben ziehen. Für Rot-Weiß-Essen sieht es trotzdem sehr, sehr gut aus. Bester Westklub derzeit auf 3 mit 27 Punkten. Verl dahinter mit 24 Punkten. Dann haben wir aus Westklubsicht Borussia Dortmund 2 mit 21 Punkten auf 10. Dann haben wir Preußen Münster die Folgen auf 11 mit 20 Punkten. Viktoria Köln. Da würde ich sagen, ein bisschen aufpassen, auch wenn es noch 7 Punkte sind. Aber der Abwärtstrend ist zu verzeichnen. Platz 13, Platz 14, Arminia Bielefeld. Die sind auch noch nicht aus dem Gröbsten raus, sagen wir mal so. Ja, und aus Westklubsicht müssen wir leider konstantieren. Der MSV Duisburg auf Platz 20 hat schon 6 Punkte Rückstand. 8 Punkte derzeit nur auf der Haben-Seite. 9 zu 19 Tore erzielt. Das ist wirklich sehr, sehr wenig und sehr, sehr mau. Herze, wir haben bei Instagram aufgerufen. Was sagt ihr zum derzeitigen Stand in der Regionalliga West? Da können sich immer bei im Westen alle Leute gerne melden. Deswegen folgt uns auch gerne bei Instagram. Wir kündigen auch dort meistens unsere Sendung an, posten das eine oder andere noch. Also, dann werde ich mal vorlesen, denn einige Leute haben geschrieben. Dann haben wir den Ginger Subs. Sportlich alles top, aber Leute, Doppelpunkt und auch für uns, da können wir nur beipflichten, liken, teilen, Abo dalassen. Podcast ist super. Dann haben wir den Matthias Jürgens, der sagt, help, also in dem Fall Hilfe. MSV Christoph, ja, der ist irgendwie, schickt nur Smileys, ist so eine Verzweiflung und so ein Heulsmiley und irgendwie alles. Dann haben wir den Danny, RWE 07. Der RW, der RW, der RW ist wieder da. Da, Fünfer, Fünfer-Win-Serie, vielleicht den sechsten Mann, weiß nie, nur der RW. Ich habe es wahrscheinlich falsch gesungen, ist wahrscheinlich ein Lied. Tut mir leid, kennt ihr besser. Dann haben wir den PH 0409. 19 Tore, 19 Gegentore und 19 Punkte vor dem MSV. Kann sich sehen lassen. Nicht schlecht. Dann haben wir Benjamin Bré 08. Mit Engin hätte Duisburg schon mehr Punkte. Auf Engin Wural bezogen. Dann haben wir den Dadu Fußball-Vlog. Ist Pendant quasi zum RWE-Fan-Channel. Macht auch ganz viele Vlogs hier über den MSV Duisburg auf der anderen Seite. Mir fehlen die Worte, schreibt er. Dann haben wir den Andi Frey, Andi Frenkel wahrscheinlich hier aus dem YouTube-Chat. Rot-Weiß, Momentaufnahme, schreibt er als Wort ausgeschrieben. Ja. Dann haben wir den Chris Chiblin. Beim MSV muss ganz oben aufgeräumt werden. Und dann haben wir dreimal den zittrigen Slowburn 45. Denn der hat drei Nachrichten eingeschickt. Slowburn 45. Stefan und Herze, was ist eure Prognose? Schafft der MSV die Wende noch? Wollen wir beide antworten? Gibst Du Deinen Senf gerne mal so zu. Boah. Also mir fehlt da so ein bisschen die Vorstellungskraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass das noch irgendwie... Ich meine, es sind sechs Punkte. Okay, das sind zwei Siege. Wo die jetzt herkommen sollen, das ist so irgendwo die Frage. Was heißt jetzt, aber im Verlauf der Saison, so ab Winter auch. Also mir fehlt da im Moment die Vorstellungskraft, dass da die große Wende kommt. Aber vielleicht ab Winter oder irgendeine Initialzündung. Weiß der Geier, Markus Krebs an der Seitenlinie oder Stefan als Physio. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich habe da schon so oft so viel zu gesagt. Hört es euch sonntagsabends an, aber Stand jetzt. Klares Nein. Ich meine, was sollen wir hier, wenn wir einen Podcast machen? Was soll ich mich da hinstellen? Bei 14 Spielen, 9 zu 19 Tore. Du bist Tabellenletzter. Und ich gehe da ja komplett in deine Richtung. Du hast ja nicht irgendwie irgendeinen Gegner vor der Brust, wo du sagst, da gewinnen wir. Und da ist es ja auch nicht damit getan, dass ich sage, ey, jetzt mal Brust raus. Der Impuls, wir haben ja auch gerade über das Spiel gesprochen, 8.000 Zuschauer. Der Impuls muss ja mittlerweile ganz klar von der Mannschaft ausgehen. Also es ist ja gar nicht mehr damit getan. Die Fans haben, glaube ich, in den letzten Jahren alles getan. Mehr ist da einfach nicht machbar. Und jetzt musst du einfach auch mal als Spieler in die Bresche springen. Ich denke mal, da gibt es auch kaum zwei Meinungen. Dann schreibt der Slowbeon45 noch, muss man sagen, es war die richtige Entscheidung, Dabro zu halten. Und man kann nur hoffen, dass die Serie bis zum Ende hält und Schalke auf dem 16. Platz bleibt. Dann gibt es den nächsten Knaller für uns, beziehungsweise in zwei Relegationsspielen wäre es das. Ja, dann haben wir gerade auch schon angesprochen. Deswegen vielen Dank, liebe Leute. War eine relativ kurzfristige Geschichte, die wir dort hinterlegt haben. Haben wir das auch abgehandelt. Immer mal wieder reingehen, gerne euren Senf dazugeben. Und ihr seid hier aktiv, interaktiv in unserer Sendung dabei. Und dann gibt es ja noch eine Geschichte, Herze, die müssen wir jetzt hier auflösen. Denn wir haben ja vor der Sendung jeder hier wieder zwei Namen reingekloppt. Und naja, ich kann mir vorstellen, dass ich nächste Woche wieder hier Joel Grudowski nehme und es so lange versuche, bis der gute Joel gewinnt. Oder er vielleicht sogar hier mal im Podcast ist und seine eigene Fangruppe mitbringt. Es ist geworden, Kollege Cedric Harenbrock, unser Sadie mit 77%. Insgesamt haben 127 Leute teilgenommen, also ist schon repräsentativ. Dann haben wir Peto mit, oder aus Verl, ihr seht es gerade nicht, aber der Felix, der Herze ist am Klatschen mit 8%. Dann haben wir Fabian Klos, 8% und immerhin Grudowski, 4%. Scheiße. Ja, ist noch ein weiter Weg. Ist so ähnlich deine Situation wie beim MSV gerade. Ich weiß nicht, welcher Weg weiter ist, wenn ich ehrlich bin. Ob Joel Grudowski hier mal den Investen gewinnt oder ob der MSV generell mal ein Tor, mal ein Spiel oder mal drei Punkte holt. Oder vielleicht holen die Grudowski und dann kannst du zwei fliegen mit einer Klappe. Ah, das ist unwahrscheinlich. Meine Hoffnung besteht bei Kevin Goden vom 1. FC Düren in der Regionalliga. Oh, ja, ja, das habe ich schon öfter gehört von dir. Ja, aber ob der, das ist ja genau dieselbe Frage, ob der sich das jetzt antut, ob das der richtige Karriereschritt ist, das wage ich vielleicht so bezweifeln. Ja, vielleicht so ein Ding, so nach dem Motto, kriegst du jetzt hier mal einen Vertrag bis zum Saisonende. Spielst du dann jetzt schon vorzeitig dritte Liga? Ich glaube, Düren ist derzeit auch schon wieder auf einem absteigenden Ast. Ich glaube auch, insgesamt werden sie es nicht durchziehen, würden sie es gar nicht durchziehen bis in die dritte Liga. Sodass du sicher gehen kannst auf der einen Seite, dass du jetzt schon dritte Liga spielst. Ob du es nächstes Jahr mit Düren spielst, stelle ich mal ganz weit nach hinten. Klar, du hättest dann nichts. Aber jetzt stell dir doch mal vor, der geht mit dieser Mannschaft unter. Dann wirst du doch nicht einen guten Anschlussvertrag irgendwo bekommen. Dann ist da eine gute Regionalliga-Saison auch für den Arsch. Oh, nee, nee, sehe ich nicht, Stefan, egal. Ja, aber er könnte jetzt auch eine bescheidene Rückrunde auch mit Düren nur spielen. Also auch eine schlechte Rückrunde mit Düren sind jetzt auch nicht das Bayern München in der Regionalliga, muss man jetzt oft dazu sagen. Weiß ich nicht. Nein, aber solange er ja trifft und diese Statistik vorweisen kann, da wird der Berater sich schon frühzeitig kümmern, dass er da irgendwo einen Verein bekommt und nicht erst im Mai, wenn er vielleicht nicht mehr so dolle spielt. Hast du denn, abschließend noch dazu, auf der Pick, hast du noch das Thema mitbekommen, was durch die Gazetten gegeistert ist. Moritz Stoppelkamp hat RWO um Freigabe gebeten. Oh ja, das haben mir auch zwei befreundete Fußballkollegen geschickt. Also das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Also vor allen Dingen Freigabe für MSV jetzt oder was? Ja. Also du kannst doch nicht denken. Also du willst erst vom Hof. Ja, genau. Du schickst den weg und behandelst den nicht gut, sag ich mal. Und dann kommt er freiwillig wieder in der Situation, wo er auch eigentlich nur verlieren kann. Also wer ist denn so bescheuert? Wer soll denn das? Also das frage ich mich wirklich manchmal. Es gibt so viele Gerüchte. Und davon ist einfach echt 90 Prozent komplett, weiß ich nicht, wo die Leute das hernehmen. Ich weiß es nicht. Und da stand es ja noch drunter. Das fand ich am besten. Aber frag mich bitte nicht nach meiner Quelle. Und dann denke ich, ja, besser ist es. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich meine, wir haben jetzt 18 nach 10, also nach 22 Uhr 18. Herze, wir haben eine Stunde und 17 Minuten auf dem Radar. Ich glaube, das war heute eine pickepackevolle Ausgabe, auch wenn wir in Anführungsstrichen nur zu zweit waren. Ich teaser schon mal ein bisschen an. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal den einen oder anderen Gast haben. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Anfragen sind gestellt, auch von dem einen oder anderen Verein, der hier noch nicht zu Wort kam. Halten wir mal fest. Wir hatten den SC Ferli schon in der Sendung. Wir hatten Viktoria Köln schon da am Start. Stefan Küsters. Wir hatten hier Felix. Ach, Felix sag ich schon. Wir hatten Cedric Harenbrock von RWE. Und da fehlen ja nicht mehr ganz so viele Westclubs. Und Anfragen sind auf jeden Fall platziert. Da wird mit Sicherheit nochmal der ein oder andere illustrige Gast dazukommen. Und da freuen wir uns auf der einen Seite drauf. Auf der anderen Seite kann ich euch, wie gesagt, nur den Tipp geben, abonnieren, liken, teilen. Kommentieren bitte gleich auch im Nachgang. Also wenn ihr Essen-Fans seid oder Duisburg-Fans. Was glaubt ihr, wie wird die Saison enden? Wie habt ihr das Spiel am Wochenende wahrgenommen? Und, und, und. Und dritter Hinweis nochmal an dieser Stelle. Es wird eine Art Weihnachtskalender, Potbolzer, Weihnachtskalender geben. Ihr könnt viele, viele, viele tolle Preise gewinnen. Unter anderem auch Trikots. Nehme ich jetzt einfach mal hier schon vorweg. Und diese wiederum gibt es dann immer hier im Podcast, zu jedem Podcast. Meistens zumindest. Kommt drauf an, wie viele wir kriegen. Gibt es die dann immer mal wieder zu gewinnen. Und deswegen lohnt es sich reinzuschauen. Generell halten wir fest, Gäste, Preise, Herze, Community und alles weitere. Und daher, von daher sage ich, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören, Zuschauen. Auch an die Spotify-Zuhörer, die es gleich oder morgen hören. Auch ihr könnt gerne mal reinschreiben. Und dann würde ich sagen, Herze, wie immer, hat Spaß gemacht. Sind heute wirklich komplett durch alles durchgedrungen und durchgemacht hier. Und rumgerissen, wie man ja so schön sagt. Und von daher, lassen wir uns überraschen. Ich danke dir. War toll. Und liebe Leute, passt gut auf euch auf. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich dann erst in 14 Tagen. Nächste Woche pausiert die dritte Liga mit Ausnahme von einem Spiel. Und ich glaube, das müssen wir, St. Brücken gegen Dresden, nicht unbedingt reviewen. Und Herze, dir gehören die letzten Worte. Passt gut auf euch auf. Bis dahin und tschüss. Ja, vielen Dank. Hat mir auch, wie immer, Spaß gemacht. Neue Rubrik, entweder oder, gefällt mir auch gut. Da werde ich mir für in 14 Tagen dann was Schönes für dich überlegen. Kannst dich schon mal freuen. Ansonsten, ja, liebe Leute, noch einen schönen Abend. Und schön Deutschland gegen Türkei gucken. Und gebt der Mannschaft eine Chance. 2024 stehen wir im Sommer alle zusammen da. Da sitzen wir alle im selben Boot. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017